Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Noch mal die, bitte. Also die zweiten, die vierten, die da direkt. Amen. Amen. Lass es mir zum Leuchten hin, uns und uns im ganzen Glück. Wir singen. Wir singen. Wir singen. Wir singen. Lass es Blumen streuen, zündet auch daran. Wenn der Geist der Gnade hat sich eingeladen, macht er in die Mahn, nehmt ihn ein, so wird sein Schein. Euch mit Licht und Heil erfüllen und in Unger schilden. Götter, der begrüßen, sieben Jürgen liebden, Geist vor der Gnade, Schal, der Gott des Himmels, Friedens überbrühe, Liecht auf unser Gott, Lieb uns Kraft und Liebens an. Lass uns deine tollen Damen so gemüge Namen. Lass die Sonnen brennen, wenn wir Jesus nennen, für den Geisten wohl. Lieb uns da zu beten und vor Gott zu treten, sprich du, setz uns vor, lieb uns nur, du grüßtest du, grüßt uns der Frieden und Ruhmern, weil der Feinde trugen, die zu allen Dingen wollen und vollbringen, für uns ein und aus. Jetzt, jetzt, fahre, Sie nehmen das ganz auf den Schuh, und für die Kühe, die Schuh gleich ansetzen, den Erinnern. Bitte. Auch da, weiß ich. Immer wieder, jetzt, der Alt. Wir haben ein Gäste. Wir können mit der Rippe das tun. Dass sie sich jetzt nicht ertun, nicht in der Zeit. Dann können wir jetzt hier gesagt. So, dritter Kass. Der zweite Kass. Ausgabe. Wir singen Christi ein. Zug ihr rauserkoren. Durch deine Gnade und Kraft. In Christus neu gewohnt. Bei seinem Liebesmann. Willst du zugegen sein. Abrege Christi Sinn. Uns allen kräftig ein. Und jetzt ist halt ein Gnade mit dem Tag. Dann machen wir jetzt ein paar die Urgang. Der erste Kass ist hier an Kappeler. Beim dritten und vierten. Beim letzten würde die Ordnung im Spiel desass. Aber wer hier steht, der ist sicher. Das machen wir noch mal kurz. So, hier sind die Türchen. 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 Das heißt, diese Hälfte in der Gemeinde wird ein Zeichen, diese Hälfte in der Gemeinde wird ein Zeichen, diese Hälfte in der Gemeinde wird ein Zeichen. Das machen wir jetzt noch. Sie können gleich beziehen. Das war der Durchgang und einstimmig, ja? Sollte das sein, oder was? Das war das einstimmige, ja. Das sollten wir jetzt auslassen. Ich sage das auch, aber etwas prekiert. So, das ist einstimmig, den haben wir jetzt ausgelassen. Jetzt sitzen wir das Zeichen. Noch mal selber. Das fang an. Ja. 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 Ich sehe das zu. Ja. Ja. Gott, 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 Gott.